Hallo und jetzt sind wir wieder zurück zu No Man's Sky. Da sind wir nun auf dem nächsten Planeten und es sieht ziemlich dunkel aus. Ich glaube, wir sind mal hier. Ziemlich grün ist bestimmt wieder toxisch oder radioaktiv oder alles zusammen. Ich würde gerne mal eine letzte Absprungkapsel suchen. Hier gibt es viel Flora, das ist gut. Die brauchen wir auch. Oh, Handelskosten. Cool. Will ich kurz hier stoppen? Eigentlich nicht. Ich glaube, ich stoppe jetzt mal hier. Und besorge mir mein Zeug. Mal gucken, was ist das für ein Vernehmnis eigentlich. Aufgeheizt. Typisch. Begiebig. Normal. Da ist ein Tier. Autsch. Wo ist es denn? Da. Aber du bist doch so niedlich. Du bist doch voll hübsch. Wie kannst du mich angreifen? Tut mir leid. Du bist doch voll hübsch. Wie kannst du's wagen? Donuts? Donuts. Es gibt Donuts hier. Donuts. Voll hübsch. Voll abissen. Okay. Hallo. Oh, noch ein Vieh. Au. Stopp. Mann. Das ist nicht sehr nett. Ich hab euch gar nichts getan. Die Viecher hassen mich. Ist auch aggressiv. Verpiss dich. Okay. Mensch. Ich hab gleich einen Vächter. Den kann ich jetzt grad gar nicht gebrauchen. Den müssen wir ein bisschen Chaos machen. Hupfer. Okay. Dann scannen wir eben jetzt mal alles. Was ist da? Das da? Das da? Ähm. Das da? Ähm. Das da. Ein Stein? Ja. Ja. Ich weiß. Ja, ich weiß. Warte, 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 ja, das andere Ding hin, weg, 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 okay, wo war ich, ja, ich war, oh, es ist heiß, okay, hab ich schon gescannt? Okay, die Logie gibt es eh nicht, oh, aber, ähm, Zink bräuchte ich, da vorne ist Zink, A-Form, okay, A-Form, Zink, 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 so, wo ist noch mehr Zink, Zink, äh, hm, gucken wir erst mal, Plutonium fehlt noch, gut, das kriegen wir auch hin, ähm, ich hab ich, wir brauchen noch mal ne Höhle, ich hab hier aber schon, Zink, nicht wahr, ne, du bist, ach, du bist, du siehst aus wie Zink, du bist kein Zink, so, du siehst aus wie Zink, kleines Ding, du, okay, ähm, du bist keine echte Höhle, ist okay, chill doch mal, ��' mal, hm. Gibt mir leid, aber was soll das denn, Mensch? Hier unten drunter ist auf jeden Fall irgendwo eine Hülle. Vielleicht da hinten. Ah, Zink. Zink ist immer gut. Zink gibt's auch nur in den Pflanzen, oder? Ich hab's glaub ich noch nie sonst so anders gesehen. Oh, guck mal, riesengroße Vögel. Oh, guck mal, riesengroße Vögel. Die sind ja diesmal echt groß. Oder einfach nur nah. Mhm, mhm. Interessant. So, haben wir jetzt hier mal ne Höhle. Irgendwie nicht wirklich. Lass mal hier ein bisschen vorhören. Hm. Hm. Na? Oh, voll der Wald hier. Tja. Ähm. Ähm. Hier drin ist irgendwas? Okay. Wir haben Schutz. Stabil ist jetzt hier. Ja, ja. Ist okay. Sorry. Ist wie gesagt nicht meine Absicht. Jetzt reicht's. Ah. Stopp. Stopp. Aufhören. Ich guck gar nicht erst so. Mano. Ich hab nichts gemacht. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten. Aha. Trottel. So, wo war jetzt mal ne Blüte Höhle. Oh, das ist ein riesengroß. Huuu. Drachenschwäne. Drachenschwäne. Ich muss. Oh Gott. Nicht schon wieder die Käfer. Immerhin scheuen diesmal. Die ganze Familie von denen. Holy moly. Hallo? Gibt's was gehen mit mir? Aha. Hey, hey, hey. Okay. Okay. Immerhin sing. Ist okay. Hm. Oh. Oh. Was ist denn hier Feines? Ach. Halt. Gitarren. Okay. Nehme ich mit. Oh. Na, 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 na. Ja, 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 ja. Stop it. Nein. Ausbrüll. Ja, 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 ja. Wo ist die andere? Da hinten wieder. Kein Thema. Noch mehr Gitarren. Wunderbar. Okay. Wo war es? Oh. Alex. Sollen wir jetzt halt ein bisschen lecken hier? Oh. 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 Das ist nicht so gut. Können wir mal drüber zu prachten, hier? Komm, okay. Oh, hier. Okay. Okay, okay. So, oh, zinky, zinky. Total. Oh, mein Dingenschutz sinkt. Okay, wir müssen mal jetzt ganz kurz uns eine Hölle schaffen. Sonst ist gleich ordentlich am Brennen. So, bitteschön. Und währenddessen. Ähm, also. Wie viel haben wir hier? 46. Wie viel brauche ich? Pro-Dingsbums. Produkt hergestellt. Musik. Kann ich jetzt? Es fehlt immer noch so viel Plutonium. Oh Gott, ich brauche echt dringend eine Höhle. Schaut sie drüben aus? Was fehlt hier? Äh, hier ist Talmüll, Crosanid, Platten. Stimmt, Platten kann ich direkt drüber schicken. Aha. Aluminium bleibt auch. Oh. Ähm, Meryl kam. Der war sowieso oben. Der ist direkt im Schiff gelandet. War, habe ich glaube ich auch nicht mehr drin. Nö, Eisen, Zink, Titan. Brauche ich zehn keer rum? Nee. Okay. Hieridium ist, meine hieridium noch voll. Ist noch voll. Okidoki. So, können wir jetzt mal bitte... Ich wollte es scannen. Also. Das ist noch nicht die Tauern. Na, toll. Hier sind keine Höhlen und hier lagt das auf diesem Planeten irgendwie ganz komisch. Ich will nach Hause. Ah. So. Gut, dann müssen wir erstmal weiter, beziehungsweise Höhlen suchen. Ich denke, Höhlen. Ach, Viecher nervt doch nicht. Oh Mann. Ich bin schon so ein bisschen Viecher angegriffen, die eigentlich viel zu niedlich sind, um gefährlich zu sein. Autsch. Oh, geht. Weiter geht's. Da wäre die Kack-Kack-Zülle gewesen. Ich kriege den Anfall. Okay. Und wieder runter. Alter, das ist doch... Oh oh. Au. Einmal speichern. Da ist Plutonium. Wird's gespeichert? Nein. Geht doch. Ich kann noch mal eben ganz kurz, wo ich gerade dabei bin, das wieder aufladen mit... Oh, ich glaube. Sehr schön. So. Äh, zack. Platz hab ich. Och nö. Scheiße. Ich geh ja schon. Oh Mann, was ist das los? Was ist das los? Was ist das los? Ähm. Letzter kostet mich 350.000. Okidoki. Wir haben es geschafft, gewinnen wir für einen Erfolg. Nein? Warum nicht? Arschpratze. So gar nicht. So haben wir letzter Platz. Und keiner freut sich drüber. Was soll das? Das ist gemein. Äh, Mist. Egal. Plutonium. Okay. Jetzt kommen die wieder. Geht weg. Ich hab nichts getan. Ich schwöre. Okay. Wo war ich? Wapzeln. Genau. Ähm. Einmal das. Antimaterien. Mhm. Oh. Oh, was fehlt? Tamium. Tamium können wir oben besorgen. Was? Was fehlt hier für Dingens? Plutonium. Ja, gut. Okidoki. Ähm. Warum haben wir jetzt so viel Titan? Ach ja, weil... ... es da irgendwie Titan im Influss gab. Klar. Gut, dann fliegen wir nach oben. Und fliegen wir überhaupt schon weiter? Ich weiß nicht. Ich kann noch ein bisschen Plutonium besorgen. Eigentlich da vorne ist ein Höhleneingang. Ohne, es könnte auch noch nie gewesen sein. Wir fliegen immer kurzfristig weiter. Und gucken, ob wir in echt einen Höhleneingang haben. Das sind echt lustige... ...Schnörkelberge hier. Das sieht sehr höhlich aus. Nicht du schon wieder. Spacko. Wo ist das laufende Gehirn hin? Äh, okidoki. Wir gucken mal, was es hier unten gibt. Da hinten ist was. Oh, hier ruckelt es wieder so blöd. Was soll das denn? Unfassbar. Ah ja. Lutonium. Ui. Emeril. Nice. Ähm, das stück ich direkt rüber, weil es nämlich nur ein Blatt wegnimmt. Mhm. Mhm. Okay. Damit kann man Arbeiten, denke ich. So. Ähm. Ähm. Hohenlamm. Anti-Ateria. Da ist das Lähenes. Noch eine. Korrekt. Korrekt. Da fängt jetzt das Thamium. Das können wir ja oben. Kein Problem. Ähm. Eine Warpzelle können wir schon mal verfüttern gehen. Hä? Achso. Schiff ist nicht, äh, nah genug. Sinn. Okay, dann gehen wir. Sagen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Hau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020